Ich dachte wir spielen eine kleine Runde Dart bei dir hier. Ja? Ja. Guck mal. Hast du Pfeil und Bogen? Ja, habe ich. Warte. Ha. Warte. Warte. Warum darfst du denn 2 mal? Man darfst 3 mal. Ja? Ich habe nur die Dart gespielt. Warte. 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 Sind wir schon da? Warte. Ja. Warte. Ey das ist doch. Ja. Ey. Mann. So jetzt aber. Was war das jetzt? Ja 2 mal darfst du noch. Fast rot. Ach kacke. Ja hier nicht schummeln und drehen. So pass auf. Ja. Ich habe einen Zittrigen. Ah. Ich habe einen Zittrigen. Ja. 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 Jetzt sind nachts mal zu viel Party. Ach so. Kleiner Partylöwe. Guck mal der wieder schummelt. Der dreht sich die zurecht. Ja fast das gleiche. Nein. Fast das gleiche. Versehen. Das kann mal passieren. Warte. Ja. Warte. Ja. Ähm. Warte. Brauchst du ne Brille? Warte. Ha. Ich habe die Mitte getroffen. So kann man natürlich auch Dart spielen. Es gibt viele Möglichkeiten wie man dieses Spiel feiern kann. In Minecraft ist es natürlich eine Top Empfehlung sich eine Dartscheibe als Kartenbild zu basteln. Man kann sie sich nicht nur in sein Spielzimmer hängen, in die Garage oder sogar hinten in seinen Garten irgendwo an der Hauswand. Weil es natürlich ein Kartenbild ist und ich euch jetzt hier kein Tutorial draus bastel, dachte ich mir, ich stelle mich einmal kurz rüber. Vielleicht möchte der ein oder andere sich das abpixeln. Als Hilfe vielleicht auch, der Kreis hat ein Maß von 100x100. Weiß nicht, ob das eine Hilfe ist, aber jedenfalls ist das die Maß von unserem Kreis. Gucken wir am besten auch nochmal kurz auf die Karte einmal rauf. Wer möchte, kann sich das hier auch gerne abpixeln, wenn man möchte. Ihr seht ganz gut die Dartpfeile, wie ich mir die hier gestaltet habe. Beim Kartenbildern kommt es nicht darauf an, wie ihr, sag ich mal, das übereinander stapelt. Man sieht ja sowieso immer nur den oberen Teil. Das heißt, ihr seht ja, wie ich mir das hier so ein bisschen gemacht habe. Ich habe auch erst probiert, mir den Dartpfeilen natürlich erstmal richtig dünn zu machen. Ist bei Pixelbildern immer ein bisschen knifflig, da es ja alles, sag ich mal, eine Blockbreite hat. Sogar Eisengitter werden als Block komplett gezählt. Also man sieht nicht genau so eine Strebe. Also das ist wirklich komplett ein Block. Wo ich mich auch noch ein bisschen ausprobiert habe, ist, ihr kennt ja immer eine Dartscheibe. Die ist ja, sag ich mal, ja auch so, sag ich mal, hat ja diese Nocken, wo ja denn die Pfeile dann gut stecken bleiben. In Minecraft ganz gut darzustellen, hier mit diesem Kamesinzaun. Leider haben wir nicht einen grünen Zaun. Also sonst könnte man ja auch noch, sag ich mal, hier sich die grünen Platten auch noch machen. Sonst müsste man da vielleicht eine andere Farbe nehmen, um sich das natürlich anzupassen. Aber ich fand eigentlich das Farbmuster, dieses Beige mit Rot und Schwarz und Grün, eigentlich ganz passend für die Dartscheibe. So kennt man die ja eigentlich auch in den Farben. Aber man kann natürlich bei solchen Pixelbildern sich natürlich immer seine Lieblingsfarbe nehmen. Das ist ja hier nicht vorgegeben, wie man es sich natürlich machen kann. Das einzig Knifflige bei so einer Dartscheibe ist natürlich, das sich hier so aufzuteilen wie so eine große Pizza. Diese einzelnen Stücke, das war schon ein bisschen knifft, die habe ich schon ein bisschen dran getüftet. Also da muss man nur leicht ein bisschen rumpobeln. Na gut, wenn man sich jetzt hier die Karte anguckt, da hat man ja, sag ich mal, das Maß schon gut vorgegeben, so ein bisschen. So viel war es dann auch hier zu unserer Dartscheibe. Wenn du natürlich noch weitere solcher tollen Videos sehen willst, schau mal bei uns in die Infobox. Habe ich dir noch ein bisschen was zusammengestellt. Natürlich kannst du auch immer noch auf dem laufenden Stand bleiben, wenn du den Kanal abonnierst. Anderfalls bedanke ich mich für's Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Lospixeln und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bleib gesund, haut's rein und ciao. Warum haust du jetzt ab? Ich trinke Kaffee. Warum trinkst du jetzt einen Kaffee? Ich dachte, wir spielen Darts. Ja, weil früher brauche ich noch das Kaffee. So, ich habe Milch gekriegt. So, Milch. So, das ist Milch. Also ich vertraue der Milch jetzt nicht so ganz. Was heißt denn? Oh, oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020